Hallo und herzlich willkommen meine lieben Aktienfreunde. Pünktlich zum zweiten Lockdown eine Analyse zu einem der großen Corona-Verlierer, CTS Ventim. Lange Zeit einer der großen Gewinner gewesen. Du hast damit eine Performance erreichen können von 2,5 bis vor kurzem, die in der Größenordnung der Amazon-Aktie lag mit 30% durchschnittlich. Im Jahr an Rendite in erster Linie aus Kursgewinnen. Jetzt hat es sich erstmal gelegt. Die Aktie ist eingebrochen, hat sich nur schwach erholt. Im Zuge des zweiten Lockdowns erneut stark abgegeben. Natürlich ist die Frage, überlebt CTS Ventim das Ganze? Und falls ja, ist die Aktie jetzt so weit runtergeprügelt, dass wir hier vielleicht eine interessante Kaufgelegenheit haben. Ich lade euch ein hier, euch die Aktienanalyse hier von unserem Kollegen ein bisschen näher anzuschauen. Hier geht es noch mehr ums Detail und hier in dem Video mal meine Einschätzung zu dem Ganzen. Wir haben schon CTS Ventim im Aktienfinder hier ausgewählt. Mein Name ist Thorsten Tiet und ich bin der Betreiber der Seite Aktienfinder.net. Und hier geht es, ihr wisst es schon, ums langfristige Investieren in Aktien, um von langfristig steigen Kursen und Dividenden zu profitieren. Und ich habe hier schon mal den Kursverlauf drin in der dynamischen Aktienbewertung von CTS Ventim. Wenn man hier einfach mal schaut, wie die Aktie sich so entwickelt hat, langfristig, hier aufs Jahr, eine Rendite gemacht von 2,2 sogar bis neulich, bis Anfang diesen Jahres, Ende Januar. Dann eine Rendite von sogar fast 31% durchschnittlich im Jahr. Das ist schon wirklich ordentlich. Dann kam Corona und dann ging es entsprechend abwärts. Und momentan sind wir knapp 40% von den alten Höchstständen entfernt. Die Aktie hat sich nur schwach erholt gehabt, war so um die 30 Euro tief. Ging dann wieder mal hoch auf knapp 45 Euro und jetzt im Zuge des zweiten Lockdowns bei knapp 38 Euro. Also, ja, kurz zu CTS Eventim an sich. Was machen die? Womit verdienen die ihr Geld? Die verkaufen zum einen Tickets und zum anderen richten sie Veranstaltungen aus und verdienen auch damit. Und dann lässt sich das natürlich noch schön miteinander verzahnen. Dann verkaufst du quasi die Tickets deiner eigenen Veranstaltung und nicht die Tickets der fremden Veranstaltungen. Verdienst du dann doppelt Geld. Das entsprechend haben die zwei Segmente. Einmal Ticketing für den Ticketverkauf, Live Entertainment für das Ausrichten der Veranstaltungen. Und du siehst hier die Veranstaltungen, das ist ungefähr zwei Drittel des Umsatzes, Pi mal Daumen und ein Drittel über das Ticketing wird erwirtschaftet. Was interessant ist, der tiefe Buggraben, den CTS Eventim gemeinsam mit dem anderen großen Konkurrenten Live Nation Entertainment, insbesondere in den USA, ganz stark ausgehoben hat. Der ist so tief, dass da auch schon Amazon reingefallen ist. Die haben nämlich versucht, ebenfalls im Ticketing, über Amazon Ticketing dort Fuß zu fassen, haben es nicht geschafft. 2015 haben sie Tickets verkauft in Großbritannien, wollten dann in die USA, sind dann an Live Nation Entertainment auch da geraten und haben sich dann komplett zurückgezogen. Siehst du hier, Amazon Tickets to close. Das war Anfang 2018. Im Nachhinein erstmal eine weise Entscheidung, weil dann kam Corona zwei Jahre später, aber das wussten die natürlich nicht, zeigt nur, wie tief der Burggraben ist. Man vermutet es nicht unbedingt, man könnte ja denken, okay, Tickets verkaufen kann jeder, man muss ja nur so eine Webseite hochziehen und dann die Tickets anbieten. Aber dem ist nicht so. Es ist auch so, dass Veranstalter und Ticketverkäufer eng miteinander verzahnt sind. Die haben eine feste Geschäftsbeziehung, die lässt sich einfach so auflösen. Da kann man sich nicht einfach so reindrängeln als Dritter. Wenn man dann noch selbst die attraktiven oder viele attraktive Veranstaltungen ausrichtet, dann geht es sowieso noch weniger. Und das musst du dann auch Amazon erfahren, außer Live Nation Entertainment und CTS Eventim. Hier wieder Interfected Workstation. Das sind die beiden großen Blatthirsche und CTS Eventim die Nummer eins in Europa. Dieser Burggraben wird auch nicht zugeschüttet durch Corona. Daran wird sich nichts ändern. Corona beeinflusst aber, wie viel Umsätze man insgesamt in der Branche machen kann, wenn die Veranstaltungen eben nur noch eingeschränkt gehalten werden können mit niedrigeren Besucherzahlen aufgrund von erhöhten Hygienevorschriften oder gar ganz abgesagt werden müssen, dann leiden darunter selbstverständlich die Umsätze. Was mich noch interessiert hat in dem Zusammenhang war, ob es vielleicht Hilfszahlungen gibt im Rahmen des Hilfspakets, also der Corona-Hilfe-Sofortmaßnahmen, habe ich mal geguckt. Beim Bundeswirtschaftsministerium seht ihr hier Dick und Doof, beziehungsweise Scholz, und die planen jetzt eben diese Sofortmaßnahmen, Corona-Hilfsprogramm nennt sich das Ganze, 10 Milliarden. Aber man ist da noch nicht ganz mit durch und hat noch nicht alles ausgearbeitet. Der zweite Lockdown, da Dick und Doof wurden ganz offensichtlich davon überrascht. Gucken wir mal, wie gut sie es hinkriegen. Sie lenken ja nur die Geschicke dieses Landes. Gut, geht es mal zurück zur Aktienanalyse. Versuchen wir mal zu beurteilen, ob CTS Eventim auch ohne Corona-Soforthilfemaßnahmen hier durchkommt. Gut, interessant, wie ist es gelaufen, bevor Corona zuschlug. Und da seht ihr hier, also wirklich traumhaft die Gewinnentwicklung. Also sehr stabil steigende Gewinne. Auch Dividenden wurden schön gezahlt, gab auch mal Sonderdividende. Ebenfalls, das ist eigentlich auch vorgelagert, schön steigende Umsätze. Bei steigenden Margen, jedenfalls langfristig steigenden Margen, hier ging es mal ein bisschen nach unten, und dafür sind die Umsätze ganz stark angestiegen. CTS Eventim auch immer wieder gewachsen, nicht nur organisch, sondern auch durch Zukäufe. Auch Anfang des Jahres wurde noch zugekauft, bei Ticketveranstaltern in Österreich und der Schweiz. Naja, und dann kam Corona und du siehst hier den riesigen Einbruch, sehr markant, um die 75% wird voraussichtlich der Umsatz einbrechen. Vielleicht ist es sogar noch ein bisschen schlimmer. Entsprechend, dann werden auch Verluste geschrieben. Die Dividende wurde schon vorausschauend gekürzt vom Management, sicherlich kein Fehler. Damals wusste man ja nicht, nicht gekürzt gestrichen, damals wusste man ja nicht, dass die Dividende gestrichen wurde durch das Management, dass wir einen zweiten Lockdown haben werden. Aber das war schon ganz vorausschauend. Wichtig in diesem Zusammenhang dann, wie sieht es aus bezüglich der Leidensfähigkeit von CTS Eventim. Sind sie bald pleite? Da kann man hier mal schauen, wie es um die bilanzielle Stabilität aussieht. Und das macht durchaus Hoffnung. Ihr seht, dass wir 850 Millionen Cash haben. Und das ist der letzte Stand bezogen auf den 30.06. Das heißt, da sind schon Folgen von Corona drinnen. Das war schon der erste Lockdown. Den haben wir hier schon vollständig verarbeitet. Und ihr könnt sehen, dass im Vergleich zu vor Corona sich sogar die Liquidenmittel erhöht haben. CTS Eventim hat auch revolvierende Kreditlinien hier angezapft. Das heißt, sie sind gut vorbereitet. Ich habe auch gelesen auf der Investor Relations Seite, dass sie auch einen zweistelligen Millionenbetrag schon eingespart haben. Klar, die versuchen natürlich jetzt auch Geld zu sparen, wo sie können. Wenn Konzerte ausfallen, werden keine Umsätze gemacht. Aber es entstehen auch erstmal keine Kosten für die Organisation und Ausrichtung einer solchen Veranstaltung. Das macht also Mut, dass CTS Eventim die Durststrecke bestehen kann. Und da ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? Und das weiß keiner. Wir wissen ja nicht mal. Wir wissen nur, dass im November wir jetzt den zweiten Lockdown haben. Den kompletten Freizeit-Lockdown sozusagen. Und wir wissen aber nicht, was da nach passiert. Wir wissen ja nicht mal, was am 1. Dezember sein wird. Das hängt natürlich von den Entwicklungen im November ab. Entsprechend Glaskugel ist auch das Ganze, was hier passieren wird. Zuversichtlich bin ich nur, dass sobald es wieder erlaubt sein wird, dass Veranstaltungen ausgerichtet werden, dann werden auch wieder die Seele voll sein. Dann ist es einfach ein grundlegendes menschliches Bedürfnis, auch unterhalten zu werden und soziale Kontakte zu pflegen. Und einfach was zu erleben in seinem Leben. Deshalb gehe ich schwer davon aus, dass wenn die Corona-Pandemie überwunden ist, auch das Geschäft wieder zu alter Stärke zurückfindet. Zumal der Burggraben nicht zugeschüttet wird durch das Coronavirus. Sondern wenn sich dessen Tiefe verändert, dann wird er eher noch tiefer, weil eventuell kleine Veranstalter es nicht überlebt haben. Das heißt, es könnte sein, dass die beiden Platzhirsche und CTS Eventim, ist eben einer davon, sogar noch gestärkt aus der Corona-Krise hervorgehen. Interessant wäre jetzt natürlich dann noch die Bewertung, um zu gucken, wie tief ist die Aktie runtergeprügelt. Und Risiko-Rendite-Profil versuchen irgendwie rauszukriegen, mit allen Unsicherheiten, die hier eben in diesem Fall gegeben sind. Wir haben hier eigentlich ein Unternehmen vor uns, das man schön bewerten kann, weil eben die Gewinnentwicklung sehr stetig ist. Bis eben jetzt hier beim Einbruch von Corona. Und dann gucken wir uns einfach mal an, wie das Ganze sich hier verhält. Und man sieht hier die ganz wilden Aufs und Ups, den Cashflow, den kann man aber wegmachen. Dann haben wir hier eine Sonderdividende, irritiert vielleicht ein bisschen. Ja, man sieht hier, wie die beiden fairen Werte sozusagen verlaufen, inklusive Dividende, also eigentlich drei. Wir sehen hier, dass die CTS-Aktie mal ganz sportlich gelaufen ist. Sie war also in bei Mr. Market, bis Corona kam. Und dann haben wir hier entsprechend den Abverkauf. Und jetzt ist es natürlich ganz, ganz schwer, mit diesem Modell das Ganze zu bewerten, weil wir eben keine Gewinne mehr haben. Wie du hier sehen kannst, die Gewinne sollen ja erst dann wieder steigen. Und wir haben Gewinne beispielsweise hier, den fairen Wert von bilanzierten Gewinn und den von Dividende. Die könnte man nehmen, den fairen Wert bereinigt. Mache ich jetzt mal weg. Man sieht auch, dass der Aktienkurs hier diesen fairen Wert auf dem bilanzierten Gewinn doch recht gut folgt. Und wenn wir das uns mal anschauen, dann sehen wir übrigens auch, dass der fairen Wert Dividende sehr schön immer wieder hier aufschließt, zum fairen Wert beruhend auf dem bilanzierten Gewinn. Jetzt natürlich die Preisfrage, stimmt denn das, was wir hier sehen, bezüglich der Erholung des Gewinns? Wir wissen es nicht, aber wenn wir das jetzt mal annehmen, dass es denn so sei, dann können wir eine erwartete Rendite ausrechnen, indem ich einfach diese beiden Punkte miteinander verbinde. Und das wäre dann aufs Jahr 9,5% im Falle dieser Erholung. Und jetzt die Frage, das wäre jetzt sozusagen das Renditepotenzial. Ihr könnt natürlich hier noch ein bisschen spielen mit den KGVs und so weiter. Ihr könnt auch hier gewisse Hilfslinien, wo sind sie, hier noch benutzen, um das Ganze noch ein bisschen fein zu adjustieren. Also diese 9,5% aufs Jahr sind nicht in Stein gemeißelt. Aber würde es sich, wenn wir das nehmen, lohnen bezüglich des Risikos? Und das Risiko momentan sehe ich als sehr hoch an, aufgrund der extrem hohen Unsicherheit. Ich habe eher das Gefühl, dass das Virus nicht verschwinden wird im November. Es wird auch noch im Dezember, im Januar, im Februar nächsten Jahres vermute ich da sein. Und solange kein Impfstoff gefunden ist, solange man sozusagen die Risikopersonen schützen muss, solange drohen auch Lockdowns und Einschränkungen unseres alltäglichen Lebens und solange wird auch CTS eventim leiden. Das heißt, es kann durchaus sein, dass dieser Gewinnverlauf zu optimistisch dargestellt ist. Für mich deshalb wäre jetzt die CTS eventim Aktie auf dem aktuellen Kursniveau jedenfalls noch kein Kauf. Ich habe mir hier mal so ein Kauflimit reingesetzt. Ich habe aber 35 Euro reingeschrieben, damit ich dann benachrichtigt werde, wenn CTS eventim noch weiter fällt. Und ich beobachte das Ganze, weil je weiter der Aktienkurs fällt, umso höher natürlich die zu erwartende Rendite. Also wenn du jetzt hier beispielsweise gekauft hättest bei 33 Euro, dann wäre die zu erwartende Rendite bereits bei 13 Prozent, also entsprechend etwas höher. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn, gutes Geschäftsmodell. Ich glaube langfristig auch dran, weiterhin an den Erfolg dieses Unternehmens. Ich weiß aber nicht, wie schlimm es noch kommt. Und der Aktienkurs ist noch nicht so weit runtergeprügelt, dass es sich aus meiner Sicht lohnt, bezüglich Risiko, Renditeerwartung, jetzt schon einzusteigen. Ist aber nur meine persönliche Einschätzung. Deine Einschätzung kann ganz anders sein. Wie gesagt, schau dir nochmal diese Aktienanalyse an. Da gibt es nochmal mehr Details und dann kannst du dir noch besser deine eigene Meinung bilden. Vielen Dank fürs Zuschauen auf Google Investments. Gesund bleiben und dreh nicht durch aufgrund des Freizeit-Lockdowns. Ich versuche ja auch gut, euch zu unterhalten und drehe zunehmend mehr Videos. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschau.